Blub, blub, blub! Seht ihr meine Tentakel? Ja, ziemlich lang. Wenn auch nicht so lang wie... Lassen wir das. Was zur Hölle? Bin ich hier am Set eines Hardcore-Po- Schatten... Ladies... Schatten-Ladies? Barbara, du dummes Stück Scheiße! Was schwavelst du da? Schatten-Trio-Trio! Ich der dumme Schlampe! Hehehehe! Zumindest werde ich wohl erstmal den Zünder ausschalten, bevor mir der Arsch weggeht, ey! Aber du bist noch eine blöde Schlampe! Kuscheln möchte ich mit dir nicht. Was macht der Shyguider? Ehre! 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 Er hat versucht, einen Eimer auf ihn zu schmeißen, aber durch die Verteidigung, die Bowser hat, hat er auch das nicht gespürt. Hehehe! Er hat sich in die Hosen gepisst! Ich bin meiner neuen Powermann! Was meinst du, was ich auf dem Champion-Hang alles gelernt habe? Spast! Ooooooh! Schatz! Wir haben zwar keine Super Saiyajin-Form, aber wir können unseren Key trotzdem erhöhen! HÜH-yt... Ah-h-h! Ahh-h! Yes! JAAAH! OOOH! The-fuck! Die Kraft des Jendavils macht ihn zum Super Saiyajin 5. Ihr seid richtig, ihr seid hier noch bei Paper Mario und nicht bei einem Orgasm. Du kannst gleich wieder gehen. Aber warum denn? Der BH brennt. Die Fette. Nein, und der Nebel ist sogar aktiv. Was ist jetzt schon wieder los? Ich sehe nichts, was ist das? Ein Hater! Man, diese Drecksau. Gleich haben wir es. Zwei. Noch einen größeren Kreis. Noch einen größeren Kreis. Komm, 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 komm. Nein! Ein Millimeter! Ein verdammter Millimeter! Wow! Ah! Fuck, Alter! Mindestens drei sind mir in die Kehle gesprungen. Und ich möchte euch hier mit meinem zutiefst empfundenen Dank aussprechen. Und mit meiner extrem geilen Haarschisch-Zigarette im Maul. Pass auf, Mario. Das scheint ein ganz fieser und vor allem wahnsinniger Typ zu sein. Kein Wunder! Ich bin ja auch ständig auf Ecstasy! Hahaha! Ich werde euch den Gnadenstoß ersetzen! Hahaha! Was... Was zum Teufel ist das denn? Kommt die neue Joint-Lieferung? Was?